moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video habe ich einen tipp für all diejenigen die overkill spielen und zwar darf da ein aufsatz nicht fehlen leute und das ist der umwickelte griff denn wenn ihr diesen griff ausgerüstet habt dann erhöht sich dadurch euer waffenwechsel tempo und wie das ganze dann beeinflusst wird zeige ich euch jetzt viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ciao so 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 so